Alles klar. Gut, gut. Ich meine, sogar Ragnar muss lachen. Lachen. Ach, nee, Shady. Das passt irgendwie nicht zu mir. Wenn ich mal irgendwann sage, ich bin kurz weg oder keine Ahnung, dann bin ich schnell weg oder nicht. Ja, dann bist du anscheinend weg. Nee, aber du weißt ja, wir quatschen. Ja. Ja. Dann steig aber auch überall aus, ne? Und jetzt nicht irgendwo blockieren ein Fahrzeug, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Shady, du hast den Rang Ragnar erreicht, Alter. Ach, Ragnar, wenn ich das nächste was drübe, war ich auch ne Überraschung für dich. Achso und Maxi hat jetzt auch seinen Rang bekommen, äh Ragnar, wie du es gewünscht hast. Das müsste ja eigentlich der höchste Rang sein, ne? Weiß ich gar nicht. Weißt du warum? Gegen Maxi. Ja, ist mir schon klar. Leicht flach. Ne, der kommt bei 3,5. Und ich glaube auch bei, also das ist der Rang Maxi Payne. Und bei 10.000 ist glaube ich auch vom Bot her Schluss. Mehr als 10.000 geht glaube ich nicht. Das ist dann der Rang Shady. Shady, du. Corporations. Ich denke so, Alter fährt der auch mal weiter. Ja, guck mal her. Angel, gib mal Punkte halt. Maxi ist der Gott. Maxi frisst gerade und guckt mich an. Schmeckt, ne? Hm. Okay, Maxi geht Gassi ins, Chrissi ist alleine gegangen. Und Chrissi ist auf Klon, Maxi ist. Und so draußen auf Meilweg. Ey, hab ich nicht irgendwas vergessen? Nur die Leine so eine Hand verschillt. Ja, in Leine hinterher geschliffen. Das Geile ist, bei Chrissi könnte ich es mir irgendwie super vorstellen. Ja, gerade wenn die auf Pilgen ist, Alter. Also Schmerzmittel. Wir wollen hier keinen falschen Eindruck führen mit denen. So, letzte Tour, da hab ich jetzt mal genug Futter gemischt. Und dann würde ich gleich Ballen pressen. Oder irgendein mal anders. Ich muss uns erstmal hier kämpfen, um nicht einzuschlafen. Das ist echt zu müde. Es geht. Da hab ich mal hingelegt für zwei Stunden. Also ich werd auch gleich meine Energy aufmachen. Ja, meine Energy steht hier, ja. Ja, ich muss meinen erst noch runterholen. Nein, ich spreng jetzt nicht hoch auf. Verdammt, hätt ja klappen können. Dann ist der Jugendschutzbeauftragter. Habe ich ihn fast in meine Falle gekriegt. Das hätte ich deinen Job gekostet, Freundchen. Hätte ich gemeldet. So, Maxi geht jetzt mit Krasi-Gasse. Ja. Krasi an alleine, Alter, Maxi. Ja, Maxi läuft hinterher auf zwei Beinen und Krasi auf vier, ne? Maxi! Lass den Schwenk ran. Lass den Schwenk ran. Lass den Schwenk ran. Lass den Schwenk ran. Kannst du schneller mal runterrennen, im Keller, in der Hause? Rennen? Kann ich machen. Ja. Und ein T-Shirt noch dazu? Ja. Weil, das ist jetzt nicht so ruhig. Ja, ich fahre nochmal eben zurück. Ja, ich fahre nochmal eben zurück. So, Mr. Jugendschutzbeauftragter. Ich bin gleich kurz im Keller und hol Chrissy eine Hose und du kannst mal kurz auf den Shit aufpassen. Ich glaube, ich sollte mich hinsetzen zum Zocken, sonst schlafe ich ein. Wieso liegst du gerade auf dem Fußboden rum, oder wie? Na ja, auf dem Bett. Ja, das ist gefährlich. So unbequem wie möglich, damit du nicht einpattst, ja? Ja. Ach, irgendwann hört ihr halt Geschnarche. Von mitten im Stream dann. Mhm. Ich höre in der Mütung, gefällt immer weiter. Ja. Nein! So wie jetzt? Was gut ist aber, wir sind immer fast gleichzeitig voll. So, bis gleich. Scheiße Bau. Trag mir auf, was du schon mit Time Audit. Bis gleich. Ja, aber ich weiß ja aus Versehen. Die Läde blicken. Ich wollte jetzt auf X drücken zum Springen, während ich laufe. Oh Mann, ey. Du wirst, dass ich zu sehen hätte, was dann leider nicht so weit wird. Ja, ja. Ragnar. Ich kann gleich sagen, dass nichts gemacht wird, und ich war auch ein paar Metall. oder so wenn ich das ganze Feld über Stroh ablagern um so 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 Ragnar macht es aber nicht so oft, ich hab keine Ahnung wann der Bot irgendwann mal dich permanent schwert dann muss Mark dich glaube ich wieder linksen, wenn er es kann, dann muss der nicht gehen was sehe ich denn da Ragnar wurde schon wieder getimeoutet der ist voll böse mach nur scheiße ist ja hardcore alter voll der bad boy ja aber bei links posten sagt der Bot dann nicht eigentlich auch irgendwann mal so jetzt schlotz voll jetzt bist du erst mal vier Kanäle was wie lange gesperrt ist weiß ich nicht, das ist halt das Problem ich kann das nur einstellen, aber wie lange und was denn sonst noch passiert, kann ich halt nicht einstellen das mit einer Sekunde kann ich auch nicht ändern ja muss ich vielleicht doch über Twitch laufen lassen, nicht über ein Bot ja du kannst ja eins aussuchen ja du kannst ja eins aussuchen auf hier also wenn das so weitergeht, der nimmt eh nur ihr am Gewinnspiel teil so wie man sieht 9 aber in beim bot du ragnar und night walker so ich habe das natürlich auch und ich habe jetzt zum ersten mal den booster gucken mit cola geschmack habe ich mal gespannt post angel kann man trinken das schmeckt halt wie dieses kennt ihr diese diese wassereis diese wassereis ist diese